Ein Fischheilmittel gegen Parasiten Leanex ist wirksam gegen Hautwürmer, Gyrodektylus, Kiemenwürmer, Datulogyrus, und Fadenwürmer, Mematoden. Das vorhanden Sein dieser Parasiten kann nur unter dem Mikroskop festgestellt werden. Leanex ist zudem wirksam gegen Egel, Piscicola, Fischläuse, Agulus, und Ankerwürmer, Leania. Das vorhanden Sein dieser Parasiten kann mit dem bloßen Auge festgestellt werden. Symptome für den Befall mit diesen Parasiten sind unter anderem Apathie, Scheuern und verminderte Fresslust. Colombo Alparex wurde vom bekannten holländischen Fischtierarzt Dr. Mario Blum entwickelt. Dosierung 40 Gramm auf 1000 Liter Teichwasser. Wenn nötig kann die Behandlung nach 14 Tagen wiederholt werden. Sie sahen eine Produktinformation von keus.de. Alles für Ihren Teich. Ich schau mal. Vielen Dank.